So, dann sind wir hier einmal durch. Wohin das wechselt? Genau, und wir sollen mit der Rennengild, der Bürgermeisterin, hier reden. Ja, ich höre ich brav bin. So bist selbst du mal lieb. Ich muss auch irgendwann gucken, dass ihr noch ein schöneres Symbol für die von Sid spendierten Headbutts, die ihr hier sammeln könnt, kriegt. Die sind nämlich alle von dir, ne, mein Scherz. All die vielen, vielen Headbutts, die du jeden Tag machst. Aus blauter Liebe. Sie ist eine Frau mittleren Alters und einen jüngeren Mann, die miteinander streiten. Beide tragen blutige und schmutzige Kleidung. Der junge Mann wendet sich zu der Frau um, unter seinem Auge ist eine frische Platzwunde zu sehen. Sie haben die Stockade, Mutter. Es ist... Enough. Sie sind weg. Was mich sehr irritiert ist, normalerweise sind die einzigen Charaktere, die ein Porträt haben, die Companions... Ja, okay, ohne Thayos. Und sie hat ein Porträt. Dabei ist sie gar nicht so ein furchtbar wichtiger Charakter. Und ich verstehe nicht warum. Also, falls die Developer sich irgendwas dabei gedacht haben, ich hab's nicht verstanden, was sie sich gedacht haben. Sie hält eine Hand hoch, an der das letzte Glied des Ringfingers fehlt. Oh, na. Wo ist ihre Stimme scharf und kalt, die den jungen Mann verstummen lässt. Während er grimmig auf seine Zehen starrt, wendet sie sich ihr zu. Der dunkle Ringe unter den Augen und ein steifes Grinsen auf den dünnen Lippen. Der Deliverer von Kad Nua. Danke für die Reise. Abida weiß, es ist ein langer. Ja. 24 Stunden oder drei Tage im Blizzard. Wir wissen's nicht so genau. Ah, ich bin sicher, dass ihr auf einer mehr zivilisierten Willkommen wartet. Still, wir sind sehr verpflichtet für eure möglichen Intervention. Ich rief dem jungen Mann einen kurzen, aber strengen Blick zu. Ach nee, ich bin das eigentlich gewohnt, dass ich irgendwo ankomme und da herrscht Chaos. Ich bin ins Sanatorium gekommen und die Patienten sind durchgedreht. Also, dass ihr hier direkt von Ogan überfallen worden seid, ist... Hab ich jetzt nicht so direkt erwartet, aber es schockiert mich jetzt auch eher weniger. Er zieht ein Messer aus seinem Gürtel, nimmt einen Apfel aus seiner Tasche und macht sich ans Werk. Ja, Schälepfel, Kind. Mach's gut. Isst dein Obst, das ist gesund. Ähm, es gibt etwas zu tun, deswegen bin ich hier. Es ist eine Ehre, hergerufen zu werden. So ein idyllisches Örtchen, ich verstehe nicht, warum ihr nicht mehr Besucher habt. Mit der Rede wert, ich bin hier, um zu helfen. Ähm... Ja, ich bin natürlich gekommen, um zu helfen. Dann kannst du vielleicht helfen, uns etwas zu finden. Ja. Ich halte die Seite schnell und gnadenlos zusammen. Stalward ist nicht viel mehr als ein Grease-Stain auf einem Map. Die Reise, die wir in der White March haben, sind quasi Tracks in der Schnee. Und für jeden Traitor oder Adventurer, der durchkommt, die Reise, die wir uns durchkommt. Und wir gehen uns durch. Tschüss, Lorch-Hase. Bis zum An-Lorch. Ich hab dich lieb. Aber es war nicht immer so. Es gab eine Zeit, wenn die Könige und Könige die Reise, die sie zuerst geboren wurden, wenn die White March die Envy der Empires war. Die Augen leuchten und einen Augenblick lang sieht sie viel jünger aus. Ein ziemlich tiefer Fall. Was musst du grad sagen? Wie geht's dem Edir Empire? Ähm... Was für eine Zeit das für den White March gewesen sein muss. Das ist jetzt alles Vergangenheit. Ähm... Was genau hat das jetzt mit mir zu tun? Ich hab die Karte und tippt auf einen Punkt in der Mitte einer großen, grau-weißen Fläche. Ja. Was genau ist die White Forge? Natürlich. Es sind über 200 Jahre, seit jemand so viel wie eine Summary-Breeze nahe. Hättet die zerknüttete Karte. Ich hoffe, dass du etwas über das tun kannst. Ich werde den jungen Mann der Kopf schüttelnd auf die knisternden Holzschweite blicken. Äh... Ich an einer Isse arbeiten? Das hab ich noch nie getan. Warum sollte ich das machen? Ähm... Ja, äh... Sorry, also für Schmiedearbeit bin ich gar nicht ausgebildet. Da, ähm... Muss ich dich leider enttäuschen. Okay, darüber können wir uns unterhalten. Schreibt sich die müden Augen. Jetzt sehen wir von den anderen Expeditionen. Ja, das kann ich besser. Und warum habt ihr jetzt auf einmal so ein Interesse an der White Forge? Und warum habt ihr jetzt auf einmal so ein Interesse an der White Forge? Die ist aber überzeugt von ihrer Taverne. Oh, so ne schöne Beschreibung hab ich, glaub ich, noch nie gehört. Die Klopfe der Forst gegen die robuste Holzwand. Das ist was wir tun. Ja. Die anderen im Handeln ausstechen. Awesome. Das ist so ne tolle Nation, von der du kommst. Ja. Aber die White Forge... Well... If we could fire it up again and start producing Durgin steel, or something close to it, wouldn't matter if we're in the white march or the living lands. Business would come. Verschränkt die Arme und nickt dir steif zu. Der Jungemann sagt nichts, wirft aber ein Stück der Apfelschale in die Feuerstelle. Ja. Und deshalb braucht ihr meine Hilfe, damit ich das finde und euch den Zugang beschaffe. Und dann könnt ihr tolles Zeug machen und handelt ganz toll. Und wie viel Anteil davon krieg ich? That's the long and short of it. We're laborers and fisherfolk, not adventurers. Ja. Deswegen habt ihr ja mich. But Durgin steel could put stalwart on the map again. Open up the mines, bring in new business. We just need the White Forge. Sie schlägt mit der Faust auf den Schreibtisch. Okay. Ja, untermal das nochmal. Ähm, was macht Durgin steel so besonders? Ähm... Darum ist es noch niemandem gelungen, in Durgans Battery zu gelangen. Gute Frage. Was ist eigentlich mit Durgans Battery geschehen? Ich versteh nicht, warum ihr die White Forge kocht, einen guten Stahl herzustellen. Ja. Fangen wir mal damit an. Finally, someone talking sense. Er gibt sein Messer und seinen halb geschälten Apfel zum Feuer. Entramatisch gießt du das Frust. Durgin steel wasn't just good. It was some of the best. We need the best if we're gonna keep stalwart alive. Da hört Aldrich Zornik an, während sie mit dir spricht. No one alive today has seen the White Forge. But the old stories tell that it was powerful. Glowed white hot and gave off a steady even heat. Unlike any other furnace. Let better schooled folk puzzle over how the thing was built. I just want to see it put to use. Okay, und jetzt nochmal so im Detail. Warum ist Durgin steel so besonders? Because you can shave stone with it. Cleave cast iron in two. And the stuff's as rare as it is remarkable. So Begeisterung tritt Ren gilt auf der Stelle, dass sie stutzt einen Arm auf den anderen deutlichen Wesen auf die Kiebel des Hauses. Ja, das Stahl. Er mag leicht sein und sich gut schärfen lassen. Doch Berg und Planker. Die Legenden mehren sich mit jedem Jahr, das vergeht. Okay, Palagina ist kein Believer. If we could make something even half as good. We'd have a market at our doorstep and work enough for all of Stalwart. Einen Augenblick lang flackert ihr Blick zu Aldrich. Okay, und warum ist noch niemand in Durgans Battery reingekommen? Hm, where should I start? Ogres, blizzards or sheer damned inaccessibility? Daily List on your own finger now. It ain't for lack of trying, I'll tell you that much. Got untold riches in Durgan steel lying just inside. And never mind the White Forge itself. The Adirans who first settled Stalwart tried to crack it. So did the Valiens and every other cocky adventurer with more metal than sense. Tränk die Arme und dick Kopf schüttelnd auf die alten Dielen. But the place has a funny way of sealing itself up. Front door stays shut. The tower entrances are clogged with rubble. And it's been impossible to blast away in. It don't bear dwelling on. There's too many superstitions about that place as it is. Killed each other off. Or so the old books say. Big Grenon geht zwar nicht an. Plenty of tales to go around, but none of them opened the battery. And the last thing people need is another reason to fear the place. Whatever it was, the other Pargren dwarven settlements in the White March. Bone Picker, the Hawk and the rest. Emptied out not long after. Moved to gentler, greener lands. Have the right idea if you ask me. Then tell me about the Pargren dwarven. Pargren is a word in their language. Means traveler. They've been wanderers for generations, but I couldn't tell you much more. The battery is up the mountain to the north. A good hike away. Near Galvino's place, huh? So it is. Lore was going to suggest dealing with that ogre camp before anything. Rest ihre dünnen Lippen eng zusammen. Wer is Galvino? Mestre Galvino, as the old crosspatch prefers it, lives by himself and keeps the wilder and beasts at bay through sheer foulness of his temper. She means to say he's a skilled smith and animancer, who's lived in the shadow of Durgan's battery for over a decade. Animancer. Ah, ja, mit denen hab ich so ne Hintergrundgeschichte. Animancer und ich gehen meistens nicht gut aus. Er blickt über seine Schulter zu Dian Drennen gilt. Ich würde sagen, das ist erwähenswert. Er kann nicht verschränken die Arme. Joa, schon. Er schränkt die Arme und sie knült die Seite in der Faust. Hey, warum auf einmal so wütend? Was ist denn da los? Hm, me and the rest of the town. He knows better than to linger at our gates. Wieso, was ist denn, was habt ihr denn für ne History mit Animancern, also mit Galvino im speziellen? Okay. Gut. Wenn ich möchte, dass noch ein Animancer mich nicht leiden kann, dann werde ich das auf jeden Fall tun. Danke für den Tipp, Ren. Ja. 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 Seine Stube ist auch voller Fallen. Danke auch. Ja. Ja, dann erzähl mir mal was über die Ogre. Belongs to Flames that whisper. Matron Baragon's Clan. Hunters tell me they've been active of late. Hunting Elk and otherwise minding their own damn business. Minding their own business. Never mind the latest expedition's disappearance or the broken stockade. Kneift sich die Nasenwurzeln, kneift die Augen zusammen. I'm saying we shouldn't agitate him further. Ich will noch ein Stück Schaden ins Feuer werfen, das darf aber sein Messer fallen. Er bückt sich flutend, um es aufzuheben. Ähm. Was hat denn die Obermatronin mit der Sache zu tun? Wenn ich ein paar Ogre töten soll, sag's doch. Äh, ich stell Berger gern gern zur Rede, wenn es Starwood hilft. Das ist ja nicht mein Problem, wenn euer Dorf so doof ist, sich zu verteidigen. Ich hab Wichtigeres zu tun. Ähm. Ja, wenn das hilft, red ich mit dir. Das ist kein Problem. One less matron would make our walls safer. What's left of them anyway. Ich glaub, sie hat das mit dem Reden irgendwie geschickt überhört. Also, Baragans like to have whatever the last expedition found. Rumor has it they disappeared near her turf. Bringt die Arme und blickt hinüber zu Aldric. Killing a matron will only make our problems worse. The way to approach Baragon is with their hands held high. If anyone could parlay with an Ogre, I suppose it'd be you. But they aren't known for their patience with Prattle. Ja, natürlich krieg ich Ogre bequatscht, hallo. Ich bin diplomatisch, wie sonst noch was? Okidoki, dann haben wir, glaub ich, alles geklärt. Gut. Before you leave town, stop by the graves rest. Most visitors to Stalward spend some time there. So Halfric and his patrons may be able to give you the lay of the land. Ja, ich muss eh in die Taverne, weil's meinen Leuten scheiße geht. Sagani ist verletzt. Der Eder hat quasi keine Ausdauer mehr. Und der arme Anath ist müde vom Leute retten. Stell dir das mal vor. Das ist ein tragisches Schicksal. Ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich bin plötzlich am Verdursten. Ja, wir trinken ja ein zusammen mit dir. Kein Problem. Äh, ich wollte dich noch was fragen, glaub ich. Ähm, ich will mir was Stalward wissen. Adair founded us back in their colonial days to supply ore to the Empire. Saw a fair bit of traffic from both sides of the white march then. Bleibt in der verstimmelten Spitze ihres Ringfingers. Und was machst du so in diesem beschaulichen Dörfchen? Und was machst du so in diesem beschaulichen Dörfchen? Lächelt vielleicht doch das Lächeln verschwinden so schnell wie es gekommen ist. Okay, und welche Sehenswürdigkeiten sollte ich mir angucken? Hier in the center? Let's see. The Grave's Rest is next door. Hafrick can set you up with a room and a hot meal there. The fishery's just on the edge of the lake, and the Temple of Andra is next to it. No one keeps a secret like Labda. Or so I'm told. A few folk live in this part of town, too. Seemed a lot safer before the ogres broke through the western gate. Thirsch lives next to the old mineshaft. And Tanna, the old mine overseer, is next door to me. Check mit dem Daumen auf die Wand. Okay, also eigentlich sind alle Nachbarn, weil ihr ein richtig kleines Kaff seid. Awesome. Sehen wir aber was anderes. Was ist auf der Geist? Das ist meine Gesprächsoption? Die Pargrin-Dwarf haben ihn wie ein Möbelbeer gehalten. Was ist auf der Geist? Kannst du mal was über die letzte Expedition sagen, sie sind zu Durgans Battery aufgebrochen? Ich weiß nicht, ob das neue Gesprächsoptionen wird, aber wir schauen mal. They didn't volunteer much. And I knew better than to ask. Okay. Hat sich am Kinn drum zu die Stirn. I've seen all types charging through here. Professional companies with shiny new equipment as brazen as you please. And hopeless runs with nothing but tattered Leathers. But these folk, I don't know what they were after. And the way they looked at you, made you feel cold all over. I wish I could tell you more. Vielleicht finden wir in der Battery selbst hier noch mehr. Dann nickt ihr mit einem vorsichtigen Blick zu. Ja, ich bin total scharf drauf, mehr Let'n'Key zu finden. Danke. Ja, sonst jetzt nichts mehr. Ja, sonst jetzt nichts mehr. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht kann ich sie ja schon ein kleines bisschen ausrauben. Ja, da haben wir doch schon mal Gemüse. Ne� bis hier rüber gucken. Ist ja klar. War das andere? Ach, ihr Tisch. Okay. Warte, aber aufschließen darf ich es ja. Das ist ja nicht so schlimm, ne? Ist er denn drin? Kannste vorerst behalten. Vorerst. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das Loot-Emote zu machen, weil ein Emote zu malen braucht für mich irgendwie zwei bis zweieinhalb Stunden. Deswegen, bis ich alle sieben Slots, die ich habe, gefüllt habe, das könnte noch ein Punkt sein. Eigentlich, bei der... Ah, dieser Garni hat sich jetzt auch mal einen Knöchel verdreht, okay. Hab ich ja. Ah, die Emotes, die kommen mit der Zeit. So wie ich halt Zeit habe. Aber deshalb habe ich halt auch die Woche nicht so viele Streams angesetzt und das irgendwie ein bisschen flexibel gehalten. Die Tage, die ich streamen will, noch nicht vorher festgemacht, damit ich halt irgendwie ein bisschen Zeit habe, mal aufzuholen, weil ich muss auch noch... Jetzt zwei Streams vorher muss ich auch noch alle zurechtschneiden und so weiter. Ich bin jetzt auf dem aktuellen Stand mit meinen YouTube-Uploads, aber sobald ich mir wieder Sachen geschnitten habe, dann halt nicht mehr. Ja. Was machst du eigentlich? Ich bin ein Karpenter, Mutter ist ein Karpenter. So it felt like a good fit at the time. Er zieht die Lippen zu einem schmalen Strich. Not that we've got a lot of new folk to build houses and furnishings for. These days, I spend most of my time fixing up the stockade. Und dann ist das eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Oh, wir haben leider keinen Unlocker, also ich weiß gar nicht, wie das funktionieren würde, so einen Command zu machen. Aber schön, dass du wieder da bist. Ja, ich bin auch keine so große Malerin. Also für mich ist das tatsächlich... Also ich kann für mein Empfinden nicht so besonders schön malen und es kostet mich halt... Ich denke mal viel Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit andere so brauchen, um zu malen. Also, dass ich diese Emotes alle selber male, es ist ein kleines Opfer, das ich gerne für euch bringe. Aber es ist ein Opfer. Aber ich mache das nach und nach. Dauert halt nur, bis die dann auch hochgeladen werden. Also von Twitch genehmigt. Außer sind Katzen, die mit Feuer schmeißen, dann ist es okay. Ich habe heute überall Katzenhaare. Ich hätte es nicht anfangen dürfen, die zwei zu streicheln heute. Du scheinst mit der Renngild aber nicht so dolle einer Meinung zu sein. Wer ist dein Zirrhose? Kannst du nicht einfach aufgeben? Ja, also da muss ich das ja gar nicht recht geben. Geht die Sohle seines Stiefels über die Geraden, aber verwittert in dir. Ja doch, hier sind ja immer noch Leute, mit denen du aufgewachsen wirst. Was hältst du denn über Durkens Battery? Er überblickt das alte Haus und die abgewetzten Möbel. Er zuckt mit der Schulter und breitet die Hände aus. Ja, wenigstens glauben sie an was. Äh, ja, du hast gesagt, ich soll mit der Berger am Frieden schließen. Das ist tatsächlich eine Einstellung, die ich sehr respektieren kann. Weil Leute verprügeln, das ist irgendwie immer die einfache, naheliegende Lösung. Aber vielleicht nicht einfach mal mit denen auseinandersetzen und fragen, was die überhaupt machen, warum sie es machen. Das ist ja auch mal eine Idee, ne? Es müsste ein bisschen schlechter gehen, damit du malst, okay? Nee, ich hab doch schon verstanden, dass du meinst, dass du dafür die richtige Motivation brauchst. Wie gesagt, ich bin auch nicht großartig motiviert. Und das ist definitiv keines meiner Hobbys. Aber hey, die Emotes trotzdem müssen gefüllt werden. Jetzt weiß ich aber nicht, soll ich dir jetzt wünschen, dass es dir jetzt demnächst schlechter geht, damit du malen kannst, oder soll ich dir wünschen, dass es dir lieber gut geht und dafür nicht malst? Ja, genau. Lass uns mal keine Vorurteile haben, aber Uga sind doch eh alle die gleichen blutwunstigen Monster. Also echt. Im Klang von Rengis Stimme richten sich Alteryx Schultern auf. Er presst ihren Kiefer zusammen, verkneift sich eine wütende Antwort. Okay, ja gut, dann das war auch schon alles.